Hallo Kakerlaken-Freunde und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch das Zweispielerspiel Kakerlaken-Duell vor. Euer Ziel ist es, durch gutes Plaffen und Hellsehen eine dieser vier Kakerlaken auf eure Seite zu locken. Kommen wir wie immer als erstes zur Spielvorbereitung. Dann legt den Spielplan so in der Mitte des Tisches aus, dass jeder von euch an einem anderen Ende des Spielplans sitzt. Dann nehmt ihr diese Kakerlaken-Steine und legt sie auf die Felder in der Mitte des Spielplans. Und diese Tippsteine bekommt der Spieler, der als letztes eine Kakerlake gesehen hat. Dieser Spieler wird nämlich zum ersten Plaffer und der andere Spieler gleichzeitig zum Hellseher. Den Stein mit der Krone, den benötigt ihr nur für die Royalspiel-Variante und diesen könnt ihr jetzt erst einmal beiseite legen. Dann kann es auch schon losgehen. Jeder Spieler ist immer abwechselnd der Plaff-Spieler oder der Hellseher. Und euer Ziel ist es, eine dieser vier Kakerlaken auf eure Seite zu locken. Dazu nimmt der aktuelle Plaff-Spieler alle vier Tippsteine, sortiert die geheim für sich und legt sie dann verdeckt auf diese gepunkteten Felder seiner Seite. Dann ist der Hellseher an der Reihe und deckt jetzt nach und nach einen Tippstein nach dem anderen auf. Zum Beispiel so. Deckt er dabei einen der grünen Tippsteine auf, ist alles super, denn dann darf er die Kakerlake in dieser Bahn ein Feld in seine Richtung ziehen. Der Plaff-Spieler versucht also immer den anderen Hellseher an der Nase herumzuführen. Er mischt also nicht einfach willkürlich diese Tippsteine, sondern versucht die taktisch auszulegen. Denn immer wenn der Hellseher dann das rote Kreuz aufdeckt, dann endet diese Runde und der Plaff-Spieler darf alle Kakerlaken, bei denen noch verdeckte Tippsteine ausliegen, ein Feld in seine Richtung ziehen. Gelingt es dem Hellseher, alle drei grünen Tippsteine aufzudecken, bevor er das rote Kreuz aufdeckt, endet die Runde auch. Und eine neue Runde beginnt, indem ihr die Rollen wechselt und der neue Plaff-Spieler seine Steine sortiert und hier auslegt. Tja, und so spielt ihr Runde um Runde und deckt Tippstein um Tippstein auf, bis ein Spieler es geschafft hat, eine Kakerlake auf seine Seite zu ziehen. Und zwar bis auf das letzte Feld, das Tippfeld auf eurer Seite. Dieser Spieler beendet dann das Spiel und gewinnt. Das Ganze könnt ihr noch ein wenig spannender gestalten, indem ihr die Royalspiel-Variante spielt. Und dazu bekommt der Plaffer einfach immer noch diesen Kronenstein. Diesen Stein darf er dann in seinem Zug auf eine beliebige Kakerlake setzen und macht diese Kakerlake damit zur Kakerlakenkönigin. Wann er das in seinem Zug macht, ist ganz dem Plaffer überlassen. Aber was hat es jetzt mit so einer Kakerlakenkönigin auf sich? Schauen wir uns dazu einfach mal ein paar Beispiele an. Ich bin gerade der Plaffer und sortiere meine Steine hier auf diese Felder. Und der Hellseher gibt jetzt einen Tipp ab. Wenn der Hellseher bei der Kakerlakenkönigin einen grünen Tippstein aufdeckt, dann darf er die Kakerlakenkönigin sogar zwei Felder in seine Richtung ziehen. Ist es aber so, dass der Hellseher bei der Kakerlakenkönigin ein rotes Kreuz aufdeckt, dann, wie gewohnt, darf der Plaffer alle anderen Kakerlaken ein Feld zu sich ziehen und die Kakerlakenkönigin zusätzlich auch noch. Und passiert es, dass der Hellseher das rote Kreuz aufdeckt, aber in der Bahn der Kakerlakenkönigin noch ein grüner Tippstein verdeckt liegt, dann darf der Bluffspieler, die Kakerlakenkönigin, sogar zwei Felder in seine Richtung ziehen. Zusätzlich natürlich zu allen anderen grünen Tippsteinen, die noch verdeckt hier liegen. Das Ganze macht es noch spannender und kniffliger und ihr werdet sehen, ihr habt so noch mehr Möglichkeiten zu bluffen. Kakerlaken-Duell, ein weiteres kakerlakisches und liebevoll umgesetztes Spiel von Jacques Seymet für zwei Spieler ab acht Jahre. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal, euer Björn. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Björn. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.